Das Ölfnehmchen läuft und wir haben wieder einen zufälligen Mate. Oh, Chogal. Ah, geil. Ich wollte gerade sagen, oh nein, jetzt hat, aber wir haben einen Rainer dabei. Easy Game, gar kein Problem. Tja, Beineberg, hängt alles an dir. Wir wollen auch keinen Druck auf dich ausüben. Genau, ne? Rätet ihr mit mir? Ja, ja. Jetzt zeig mal deine Giantkiller-Skills. Ihr habt meinen Diablo bekommen. Echt? No. Könnte schlimmer sein. Gehlt das Rainer, Gaslo, Morales, Diablo, Chogals, Raal. Das ist er da. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Los jetzt, wir haben Leben zu retten. Das war eine ausgezeichnete Hain. Oh, Level ist noch nicht hoch genug, aber siehst du, das ist auch ziemlich cool. Helden, schon bald ist es Nacht. Ich hoffe, ihr seid bereit. Kinder, what happened? Wir versuchen gerade nicht durch das Schogal zu sterben. Vom Eimer machen wir den Batzen hier noch weg. So, und jetzt pflanzen hier. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Das war die Qualität. Dann wollen wir warten. Blob, blob, blob. Na, mit der Art von Sanitäter kann ich mich anfreunden. Diese Fahrzeug wird mir am Lumpfo haben. Wo, 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 wo? Nicht die Physiker, bitte zusammen. Los jetzt, wir haben Leben zu retten. Komm, alle runter, Pflanze. Unterwegs. Pflanze ist tot. Vorsicht, 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 kleine Manna. Da ist auch ein Schlau. Ah, da kommt er schon wieder. Danke für den Heal. Ja, es guckt nur irgendwie keiner auf dem Manna, Alter. Der Diablo. Oh, cool. Morales halb mich. Geht voll rein. Dabei wollte ich ihn nur healen, damit er wegrennen kann. Ich hatte keine Manna. Und dann geht er wieder drauf, ne. Das ist unglaublich. Und dann geht er. Gott sei Dank. Komm hier, Hardcamp. Warte mal. Phoenix, geh du mal wieder Botlane, der Rest macht hier noch das andere Camp. Der Camp ist eigentlich eher meine Spezialität. Ja, ich weiß, aber ich kann mit dem Diablo nicht kommunizieren. Und Kelters und Morales sind beide nicht so gut alleine. Ja, aber ich kriege hier unten jetzt wieder Besuch von Kollege Schugrall. Okay, den komme ich allein nicht an. Ja, du sollst ja nicht pushen. Einfach nur unten stehen XP, dass hier nicht verloren geht. Warte, jetzt kommen wir wieder runter. So. Die Nacht bricht erneut herein. Bald werden sich die Unkrautler wieder erheben. Hahaha, wir haben eine Wall gebaut, ihr konntet nicht mehr rein. Ah, das reicht leider nicht, ne? Das Ding hier reißen wir noch vielleicht schneller ein. Weiß nicht. Ja, und dann direkt pflanzen. Direkt umdrehen und pflanzen. Komm. Endlich habt ihr genug Samen. Spürt ihr, wie das Ungeheuer wächst? Euer Gegner sichtet ein Ungeheuer. Zeit für die Ernte. Erweckt mein Ungeheuer vom Leben. Erhebe dich mein Ungeheuer. Komm, wir gehen direkt Top. Zu der nächsten... Saufen die Feinden das Leben aus. Midi weg oder Stim Drohne. Sollt bin ich Deffen gegen deren Pflanze? Ja, bin auf dem Weg. Genau das habe ich gebraucht. Los, los, los. Was ist denn? Er hat nur was für uns gemacht? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Oh, nein. So, und jetzt hier die Top-Pflanze kaputt machen. Jetzt hast du erst noch mal Sugar kaputt, oder? Ja, ganz schlechtes Positioning. Okay. Oh, Mann. Ja, Pflanze hat keinen Sinn, dann machen wir hier unten die kleinen Camps. Ich fang hier oben an, kommt da zum großen Camp nach. Ja. Ja. Und ich müssen meine Kinder holen. Ja. 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 Oh mein. Einsteige. Ah, jetzt ist das auch egal, oder? Kommt ihr noch? Okay. Okay. Ich muss mal weg hier. Ich habe keine Mana und bin fast tot. Ich kümmere mich darum. Vorsicht, ne? Ihr habt aktuell keinen Heiler da. Hallo? Die Nacht ist angebrochen. Ich liebe den Anblick meines Gartens im Mondlicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind genug Samen. Lasst jetzt mein Ungeheuer heranwachsen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht auf den Weg und reißt die Force eurer Gegner nieder. Euer Gegner züchtet ein Ungeheuer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin ein Schmerz. Und ich bin ein Schmerz. 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 Das war ein Außerseit nach einem Heiler. Euer Ungeheuer. Mein Kind. Ist gefallen. Super. Oh hoho, das geht nicht. Das Gegnerische Ungeheuer ist nur nichts weiter ein. Komm nicht, lieber hier oben bei der Pflanze. Wir wurden getrennt, ich kann dich nicht heilen. Meine Pflanzen werden dich wiederbelebt. Ihr Gegner greift eure Citagelle an. Euer Gegner hat einen Polen, der wir sind. Festung verloren. Gut, dann wollen wir mal wieder nicht holen. Gut, dann wollen wir mal. Genau das hab ich gebraucht. Gut, dann wollen wir mal wieder. Ja, die führen uns ein bisschen vor, ne? Die Nacht bricht in 30 Sekunden herein. Seid ihr bereit, euch zu vergnügen? Hm? Eure Citadelle wird angegriffen. Welch eine freudige Nacht, um verflucht zu sein. Ja, das war's. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Keine Ahnung, wie ich euch heilen soll. Geht einfach nicht. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Let's win! Tschüss!